Willkommen bei sozialen fachlichen Betreuung mit dem Thema Klassenspiele, Rückenfüller. Das Spiel heißt Mein Nachbar. Die Schüler sitzen in einem Stuhlkreis. Einem Schüler wird jedoch der Stuhl weggenommen, sodass er stehen muss. Der stehende Schüler geht auf einen sitzenden Schüler zu und sagt Tipp oder Top und zählt anschließend schnell bis 10. Der angesprochene Schüler muss bei Tipp den Vor- und Nachnamen seines rechten Nachbarn nennen. Bei Top muss der Name des linken Nachbarn genannt werden. Gelingt es dem angesprochenen Schüler nicht, den Vor- und Nachnamen zu nennen, während der stehende Schüler zählt, werden die Plätze getauscht. Der nun sitzende Schüler darf nicht gleich wieder angesprochen werden. Es muss dann ein anderer genommen werden. Bis dahin, noch viel Spaß und tschüss mit dem Spiel Mein Nachbar.